moin leute es ist der 17.11 das heißt heute ist der auftritt in oberhausen natürlich machen wir wieder einen vlog nehmen euch mit den ganzen tag und ich habe mir noch ein lecker kakao gemacht warte auf keine mehr gleich wird aufgebaut abgebaut meine ich und dann geht's los viel spaß moin ich bin jetzt auch mal angekommen ich bin ein bisschen erkältet für heute aber was soll machen die show muss weitergehen schauen wir es an wir packen jetzt noch unsere sachen zusammen und dann geht es gleich auch schon los nach oberhausen und dann bauen wir dort noch mal auf wir müssen diesmal ein bisschen mehr mitnehmen als in essen aber das wird das wird jetzt sieht aus als wären wir bereit naja ich so halb aber ich nehme ja alles nicht mit hier sieht so aus als wärst du bereit ja jetzt ein ganz krempel vom teppich runter teppich einmal ausschütteln zusammen aber nicht hier im raum nein das willst du nicht schön im artisipeln aber guck mal nicht sicher verpflegung please bring back all bottles from the next stage stimmt dass das drama einmal als letztes kommt erfahrungsgemäß eher massisten wenn man sind wir die ersten weil sie wissen dass sie aufbauen müssen außer stellen das hätte ich dann kommt und jetzt wenn sie es ist wir wollen wir schon ja 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 so aber sogar eine um im z nicht wo Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. 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 Sagt der Walfisch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.